Wenn du früher von der Schule heimkommst. Hallo Mama, ich bin schon wieder da. Mama! Oh hey, mein Schatz. Ja, was machst du denn schon hier? Voll cool, ich durfte heute eine Stunde früher gehen. Der Lehrer meint, der muss doch irgendwas verlegen oder so. Oh okay, willst du vielleicht noch eine Runde PSP spielen? Oha, echt jetzt? Eigentlich darf ich das doch nie direkt nach der Schule. Ach, heute ist einfach mal eine Ausnahme. Aber zieh dein Headset auf und mach's ganz laut. Ja, geht's laut! Okay, also das war echt knapp. Etwas zu verlegen also.